Darüber spreche ich jetzt mit dem Anlagestrategen Alexander Berger. Herr Berger, während mit chinesischem Geld auf dem Kontinent ganze Städte entstehen, verliert Europa und Deutschland laut Beobachtern den Anschluss. Sehen Sie das auch so? Es ist zumindest auch der siebte Gipfel schon. Und es ist auch keine Provinzveranstaltung, nämlich 50 Staatschefs treffen sich hier mit dem chinesischen Staatschef. Und Europa verliert tatsächlich hier langsam den Anschluss. China hat hier eine sehr, sehr langfristige Sicht. Bereits seit ca. 20 Jahren ist eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit Afrika hier vorhanden. Und auch die Seidenstraße, die es seit 5 Jahren ca. gibt, ist ein sehr, sehr wichtiges Projekt. Und daher sind die Europäer hier sicher leicht im Hintertreffen. Viele afrikanische Führer begrüßen ja Peking auch als Alternative zu den eher halbherzigen Ansätzen der USA und Europa. Eine richtige europäische Strategie ist doch nicht zu erkennen. Nicht wirklich. Aber man muss grundsätzlich erst mal den Chinesen dankbar sein, weil sie schaffen eigentlich die Grundlage, dass überhaupt Europäer mal nachdenken können, zu investieren. Denn ohne die Infrastruktur, die mühsam China die letzten Jahrzehnte aufgebaut hat, also Häfen, Eisenbahnlinien oder Autobahnen, sind die Grundlage, dass hier eben eine Investition stattfinden kann. Und wir haben es ja letzte Woche auch gesehen. Es ist ja die direkte Konkurrenzsituation entstanden. May und Merkel waren ja beide letzte Woche in Afrika. Händen sich fast ja auch noch getroffen. Und hier sind die Interessenslagen sicher verschieden. Wir haben innenpolitisch sicher auch, spielt bei Merkel eine Rolle. Sie war ja auch 2012 bis 2015 gar nicht in Afrika. Seit 16 neun Länder hat sie besucht. Aber auch VW investiert ja jetzt in Afrika in zwei Ländern Werke. Und das bringt hier so eine richtige Konkurrenzsituation. Die Engländer sehen es sicher als Alternative zur EU. Hat May ja auch gesagt, sie wollen tatsächlich größter Investor bis 2022 werden in Afrika unter den G7-Staaten. Jetzt sehen ja viele afrikanische Führer Peking auch als Alternative zu Europa, weil in Peking halt nicht so genau hingeschaut wird, mit wem man denn da Geschäfte macht. Autokratie und Korruption sind aber andererseits für europäische Unternehmen ja schon ein Problem. Oder sollten es zumindest sein. Ja, also das ist wirklich ein Vorteil für China, wie Sie richtig sagen. Die sehen da ein bisschen weg. Man kann es natürlich so oder so sehen. Man muss natürlich langfristig sehen, dass Bildung und Wohlstand, sag ich mal, grundsätzlich mehr Demokratie bringt. Aber es ist für eine Firma ohne staatliche Unterstützung, also dass die EU hier eine einheitliche Linie findet, sehr, sehr schwer, direkt Investitionen in Afrika zu machen. Wie gesagt, Vorteil China. Dankeschön, Alexander Berger für das Gespräch.